Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Wolf, bekannt als das größte Mitglied der Hundefamilie, zeichnet sich durch seine eindrucksvolle Erscheinung aus. Mit einer verlängerten Kopfform, einer schmalen Brust und langen Gliedmaßen fällt er vor allem durch sein Fell auf, welches je nach Region graue, schwarze oder sogar weiße Tönungen aufweisen kann. Wölfe sind ausgezeichnete und ausdauernde Läufer, deren Männchen sich durch eine größere und schwerere Statur als die Weibchen auszeichnen. Ihre Fähigkeit, in verschiedenen Umgebungen von dichten Wäldern bis hin zu Tundren und Bergen zu überleben, unterstreicht ihre Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Mit einer Körperlänge von 100 bis 130 cm und einem Gewicht, das zwischen 30 und 75 kg variieren kann, präsentieren sich Wölfe als stattliche Tiere. Die Höhe im Schulterbereich kann bis zu 85 cm erreichen, wobei der Schwanz zusätzliche 50 cm zur Gesamtlänge beiträgt. Ihr Fell, das neben der typischen grauen Farbe auch schwarze und weiße Nuancen aufweisen kann, bietet ihnen nicht nur Schutz gegen die Elemente, sondern auch eine effektive Tarnung. Ihr langes und dickes Fell, zusammen mit den starken Kiefern und den größten Molaren aller Hunderassen, macht sie zu furchteinflößenden Jägern und Überlebenskünstlern. Wölfe sind Opportunisten, deren Diät von Wild und Haustieren über Aas, Nagetiere, Vögel, Eier, Reptilien, Insekten bis hin zu Früchten reichen kann. Sie können in einer einzigen Mahlzeit bis zu 10 kg Nahrung zu sich nehmen, was ihre Fähigkeit unterstreicht, längere Zeit ohne Essen auszukommen. Obwohl sie an der Spitze ihrer Nahrungskette stehen und nur wenige natürliche Feinde haben, können junge oder verletzte Wölfe Beute für andere Raubtiere wie Bären oder große Katzen werden. Menschen stellen durch Jagd und Lebensraumzerstörung die größte Bedrohung für sie dar. Wölfe sind in einer Vielzahl von Habitaten zu Hause, darunter Wälder, Tundren und Gebirge, ebenso wie in nördlichen, zentralasiatischen und nordamerikanischen Regionen. Trotz ihres breiten geografischen Vorkommens sind sie in einigen Gebieten, wie ZB Japan, ausgestorben und in anderen, wie in vielen besiedelten Gegenden, stark dezimiert worden. Ihre Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, in unterschiedlichsten Umgebungen zu überleben, von den kältesten Tundren bis hin zu gemäßigten Wäldern, was ihre geografische Verbreitung weitreichend macht. Wälder, Tundren und Gebirge 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 Wälder, Tundren und Gebirge